Ich bin der Maxim, ich spiele Geige, ich bin der Severin, ich spiele Schlagzeug, ich bin das andere Seorin und ich spiele Saxophon. Wir haben uns einfach überlegt, wir können selber probieren, Stücke zu arrangieren oder selber zu komponieren und haben dann, wie der Maxim schon gesagt hat, einfach mal probiert. Musik 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 Es ist wichtig, dass sich die Leute auf dieses doch sehr verschiedene Programm auch einlassen, weil wir halt doch oft quer durch den Gemüsegarten von schnell bis langsam alles mischen. Und wenn man merkt, dass die Leute da auch mitkommen und sich da mitreißen lassen, das ist dann glaube ich, wäre das perfekte Publikum. Musik 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 Vielen Dank.